Applaus 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 Knapp geschlagen wurden sie von K129 und damit Silbermedaillengewinner, die Ader mit Steuern Hans-Georg Witzinski. Die Ader mit Steuern Hans-Georg Witzinski 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 Applaus 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 Vielen Dank. Hallo, ihr bleibt hier noch vorne. Herr Spiering möchte noch den wunderschönen Wanderpokal übergeben. Kommen Sie mal in die Mitte, Herr Spiering. Ja, ich möchte auch noch drei Worte sagen. Also erstmal möchte ich mich ganz offiziell bei Dirk Busch entschuldigen. Von zwei Gründen, aber wir haben leider einen Konkurrenten und einen sehr netten Kumpel von mir. Wir haben ihn leider ausgeschaltet. Erst meine Wenigkeit, riesen Fehler, ganz großer Käse. Ich möchte mich in aller Öffentlichkeit nochmal dafür entschuldigen. Und, naja, manchmal ist es so, wie es ist. Ich möchte mich bei meiner Mannschaft bedanken. Ihr seht, wir sind etwas ethiko. Und ich sage mal, wir brauchen manchmal, wenn wir euch nicht hier im Zelt sind, sondern brauchen wir ein bisschen den Akku, müssen wir leider wieder hochfahren. Wir sind leider nicht so fit wie so ein Mensch anderer von euch Jungen hier. Aber wie gesagt, das ist uns wichtig. Ausleih, gibt uns der Erfolg gerne recht. Und dann möchte ich den Veranstaltungen nochmal danken. Super Veranstaltung für alle Seite. Die Wettfahrtleitung sehr professionell. Riesen Dank dafür. Das hat mir so riesen Spaß hier gemacht. Wie gesagt, wenn das eh nicht wäre, dann würde mir das noch besser gehen. Ich danke euch recht herzlich. Applaus Applaus So, liebe Segnar. So, liebe Segnar. Ich kann mich nochmal bei allen recht herzlich bedanken. Ich zähle nicht mehr alle einzeln auf. Das habe ich gemacht. Frau Angelika Kankow im Bunga-Jahr, im Wahljahr, recht schönen Dank, dass Sie Zeit gefunden haben. Und ich freue mich, dass alles so geklappt hat. Und ich danke euch. Kommt gut nach Hause. Bis zum nächsten Jahr. Tschüss. Applaus Und ich danke euch. Vielen Dank.